Der Montag ist seit Mai für den Handel und für die Unternehmen reserviert. Mittlerweile habe ich mit über 80 Prozent aller Einzelhändler in Wipperfürth gesprochen, aber auch mit vielen Unternehmen. Mir war wichtig, hier im direkten Dialog mit Ihnen zu erfahren, was auch Sie gut in Wipperfürth finden und wo hier entsprechende Sorgen und Nöte sind, wo wir Wipperfürth weiterentwickeln müssen. Das war für mich sehr spannend. Der Dialog sowohl mit den Wählern direkt, also bei den Wählerwanderungen, aber auch mit Handel und Unternehmen ist mir wichtig. Den möchte ich unbedingt auch nach einer gewonnenen Wahl fortführen. Ich möchte ein offenes Ohr für Sie haben, nicht nur von Bürgernähe sprechen, sondern bürgernah sein. Wie wir in Kontakt bleiben, entscheiden Sie. Ob bei Wanderungen über die Dörfer, beim Gang durch die Stadt, ob Sie mich anrufen, ob Sie mir mailen, über Facebook, Twitter in Kontakt treten. Der Weg ist Ihre Entscheidung. Ich würde mich freuen, in Kontakt zu bleiben. Nur wenn wir in Kontakt bleiben, können wir gemeinsam was für die Stadt bewegen.